Ja! Hey! Tut mir leid. Ja, bitte. Was ist das denn? Lass ich mich? Ja! Ja, bitte. David, was soll das? Bitte. Lisa. Bitte heirate mich. Ich dich heiraten? David, was soll ich denn jetzt sagen? Wie wär's mit ja? Nein, ich will aber nicht. Lisa, ich weiß, es ist spät. Aber es ist noch nicht zu spät. Lisa, bitte. Doch, es ist zu spät. Es ist tausendmal, tausend Millionen Mal zu spät. Aber wir gehören doch zusammen. Ach ja, tun wir das? Wann ist dir das aufgefallen, heute morgen mein Zähneputzen? David, ich hab gekämpft. Immer wieder hab ich gekämpft und gehofft, dass es endlich passiert. Aber, wo ist der Kuchen? Aber ich liebe dich doch. Und ich liebe Rocco. Ich werde ihn heiraten. Ich werde mit ihm glücklich werden. David, bitte lass mich zufrieden. Lisa. David, bitte. David, bitte. Ich liebe Quora. Ich liebe Quora. Liebe ist Liebe sucht dich Liebe kennt dich Liebe wird mich Liebe ist Liebe sein dich Liebe fragt mich Liebe ist So wie du bist So wie du bist So wie du bist So wie du bist Jürgen ich hab kein Fieber Ist alles okay mit dir? Ja wieso was war die Frage? Du hast gerade gesagt dass David auf einem Schimmel am Potsdamer Platz angeritten gekommen ist Und du kriegst keine Schuhe also Ja was? Im Schimmel am helllichten Tag auf dem Potsdamer Platz Ist das zu glauben? Äh Da guckt er blöd was Entschuldigung Und was wollte er? Er hat mir einen Antrag gemacht Einen Heiratsantrag Ach Und was hast du gesagt? Ich hab überhaupt nichts gesagt Ich hab ihm einen Schuh an den Kopf geworfen Es tut mir leid Was denn? Naja Aber halt Alles Ich meine Ich verbreite immer totales Chaos Also bei mir ist immer Chaos Und komischerweise hat das immer was mit David zu tun Na das macht doch nichts Aber Was hast du gesagt? Hey Ich hab natürlich Nein gesagt Naja Ist ja wieder alles in Butter Überraschung! Nein Mariella Hallo Nein Kommt her Kommt her Oh meinst du? Oh meinst du dir aus der Hochzeit der Waldstraße doch noch was? Sabrina Bitte Ich muss dir was sagen Wenn du die Plansche siehst Du staunst Bauklätze wirklich Erst hat Kuguse in die Mangel genommen Ja Dann hat sie sich mit ihrem dicken Hintern Auf die Schrimme drum gesetzt Und jetzt Du Mittlerer Mittelklasse von Leicht Ja ja das weiß Mariella Siege schon alles Aber erzähl doch mal Sagten Sie Konnten Sie in Boston leicht Fuß fassen? Ähm Meine Familie wohnt da seit 1683 Und sie legen großen Wert auf Tradition Hauptsache ihr beide seid glücklich Das sind wir Und wie? Gesieht man das nicht? Doch Doch Ich werde dann mal in unser Hotel einchecken Nein Ich wohne natürlich hier Das wollte ich gerade auch sagen Natürlich Kommen Sie ich helfe Ihnen Wie geht es David? Das weißt du noch gar nicht ne? Der ist verknallt wie ich das letzte Mal mit 15 gewesen bin Was? Und in wen? Na in Eddie mein Cousin Wirklich also eigentlich war es schon ein bisschen komischer Kauz Er hatte ein getuntes Mofa Dann hatte er hier so ein Fuchsschwanting Und er war ein Sabrina ich meinte eigentlich mehr David In die Plansche Hat der Arm Und er war ein Ich bin 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 ein David, alles, alles in Ordnung? Ja. Wieso nicht? Ja, wieso nicht? Schönes Pferd. Wie heißt das denn? Rechwohl. Aha. Das ist ja kein schöner Name. Nein? Dann gib ihm doch einen anderen. Ich schenk's dir. Wir haben so keine Auren, ob wir nicht ihr Gaui kackt da auf die Wiese. Was? Och, äh. Ja, das ist ja schlecht. Du kannst doch nicht mit unserem besten Schimmel durch die Stadt reiten. David! Mariela? Was machst du denn hier? Wie geht es dir? Gut siehst du aus. Ach, tu was. Ach so. Verstehe, die Hochzeit des Jahres, was? Herr Seidel! Ich, äh, ich finde, wir könnten langsam du sagen. David. Lass. Ja, ja, wir müssen für das Brautpaar nachher ein Geschenk besorgen. Äh, sie kennt... Du kennst doch deine ehemalige Assistentin am besten. Was, was würde ihr gefallen? Ach komm, Lars, da finden wir schon was, oder? Sie mag Tiere. Pferde ganz besonders. Außerdem liebt sie die Natur. Reiten, lange Spaziergänge auf dem Land, Sonnenuntergänge. Ihr Geschmack ist ein bisschen verspielt. Also, alles, was bunt ist und Lebensfreude ausstrahlt. David, ich würde dich gerne mal kurz sprechen. Klar. Komm, wir gehen nach oben. Ich will das Lösegeld, Mutter. Alles, und zwar sofort. Was? Du hast das Geld doch. Und jetzt sag mir bitte nicht, du hast das ganze Lösegeld verbaselt. Natürlich habe ich das Geld. Ich meine, was davon noch übrig ist. Ich musste ja schließlich in Kerima-Aktien investieren. Das hatten wir auch so abgesprochen. Weißt du was? Ich rufe jetzt einfach mal die Bank an und sehe, dass ich so auf die Schnelle bekommen kann, ja? Tu das, Mutter. Ich werde mich noch einen Moment hinlegen. Ach ja, und sollte die Polizei klingeln, dann weck mich bitte nicht, sei so gut, ja? Genau, Gölberitz. Die Dorfkirche. Nein, Gölberitz, das liegt nicht an der Ostsee. Pastor Schlesselmann, sagen Sie, können sich denn die Blumenmädchen im Pfarrhaus umziehen? Ach ja, sicher freuen die sich, wenn sie ihnen ein Frühstück servieren. Na klar. Nein, ich werde ihnen kein Frühstück servieren. Sie sollen pünktlich die Blumen liefern. Ganz pünktlich wiederhören. Ja, tschüss, Pastor Schlesselmann. Bernd, du, wenn diese Blumenkritze hier noch einmal anruft, ja, dann gehe ich zum Blumen, Olschewski. Das kannst du aber glauben. Und wenn du dich deswegen scheiden lässt. Der blöde Olschewski liefert keine einzige Primel zur Hochzeit meines Schnattchens. Und passt da. Hallo, Schnattchen, lass dich drücken. Hallo, Papa. Ach gut, dass du da bist, Lisa. Du, nochmal wegen der Gästeliste für nach der Hochzeit. Da müssten wir einfach nochmal... Nee, Mama, was heißt nach der Hochzeit? Wie oft soll ich es denn noch sagen? Nach der Hochzeit fahre ich mit Rocco sofort zum Flughafen. Wir steigen ins Flugzeug und sind für sechs Wochen in Kanada. Was macht ihr mit meiner alten Zahnspangentasse? Das habe ich alles gesammelt, Schnattchen, jahrelang. Heimlich, in der Feuerwehr liegt noch mehr. Ja, und wofür? Hier. Doch nicht mit der alten Sussiere. Das muss doch gepoltert werden, Schnattchen. Es muss gepoltert werden, wenn mein Schnattchen, mein liebstes Schnattchen... Bärchen. Endlich, endlich. Bärchen ist ja nun gut. Na ja, unser Schnattchen heiratet. Aber deswegen musst du doch nicht gleich schon wieder so eine Rede halten, hm? Nämlich. Du, Lisa, nochmal wegen der Gästeliste. Ich habe alle deine Schulkameraden eingeladen und die Dörte Kruppmann kommt auch. Und der Eisfalt, der hat auch so gesagt. Mama, ich will nicht. Was? Heiraten? Heiraten? Poltern. Ich meine, Rocco und ich, wir wollten uns einfach einen gemütlichen Abend zu zweit machen. Ja, und das Geschirr, Schnattchen? Das Geschirr, wo soll ich denn mit dem Geschirr hin? Ganz lassen. Oh, nee. Mir ist einfach nicht nachher mit, Danny. Seid mir bitte nicht böse. Schnattchen, ich hätte eine ganze Badezimmer-Garnitur kriegen können von Schawinski in Rosa. Hat seine Frau damals bestellt, gleich nach der Wende. Und Schawinski hat gesagt, er kackt niemals in ein Rosa-Klo. Er zieht da aus. Helga, wisst ihr, wie das gewumst hätte? Mein... Okay, falls ich nochmal rekapitulieren darf. Lisa Plenske ist in dich unverständlicherweise seit eineinhalb Jahren verliebt. Dann verknallst, oder verliebst du dich in sie. Du wirst leider nur entführt. Lisa rettet dir das Leben. Danach willst du nichts mehr von ihr wissen, weil du dich selbst finden musst. Ich meine, dann erhöht sie die Gefühle und die Gebete von Rokoko-Walski. Daraufhin verknallst, verliebst du dich wieder in sie und tust alles, um sie zurückzugewinnen. Und jetzt willst du sie einfach Rokoko-Walski überlassen? Ich meine, du hast doch sonst jede Herausforderung angenommen. Ach. Mein Leben lang hatte ich Pläne und Strategien. Ich habe immer versucht, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und jetzt? Na, und ich habe mich auch nie gefragt, was ich tun würde, wenn ich die Ziele erreiche. Ja, aber jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Aber es ist immer zu spät. Ja? Ja, Helga. Ja. Okay, tschüss. Oh, ich habe ganz heiße Ohren. Wisst ihr schon das Allerneueste? Lisa und Rokko... Heiraten doch nicht. Nein, die wollen überhaupt keinen Folterabend machen. Die wollen einfach nur eine ruhige Kugel schieben. Vielen Dank, Yvonne. Ey, Helga hat gerade fast geweint am Telefon. Bernd hat sogar geweint. Sie haben jetzt ja jahrelang Porzellan gesammelt, tonnenweise. Ja, Sie werden es überleben. Nein. Nein, das werden Sie nicht. Nehmt euch für morgen Abend nichts vor, ja? Ah, ich verstehe. Du organisierst so eine lockere Kohleparty und wenn keiner mehr hinschaut, in der düsteren kleinen Ecke... Kling, knick. Nein, nein, genauso nicht. Ich will Lisa beweisen, wie sehr ich sie liebe. Und ich will ihr beweisen, wie sehr sie ihr Glück verdient hat. Und wenn ich daran denke, was ihre Eltern in den letzten zwei Jahren durchgemacht haben. Also, ist es okay, wenn ich nur Bahnhof verstehe? Na klar, ich kenne dich doch. Ja, ich habe zu tun. Nur eine Sekunde. Gut, dann bleib aber da stehen. Lisa, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Wofür? Für diese alberne Nummer mit dem Pferd. Und meinen dämlichen Heiratsantrag. Und außerdem möchte ich dir den hier zurückgeben. Nicht auf dem Tisch. Ja gut, vielen Dank für den Schuh. Ich akzeptiere auch die Entschuldigung. Und wenn du dann wieder gehen würdest, bitte. Also, um es dir leichter zu machen, meine Entschuldigung zu akzeptieren... Bitte. ...möchte ich für dich... Also, ich meine... Ich meine für Rocco und für dich natürlich. Einen kleinen Polterabend organisieren. Das ist nicht nötig, danke. Rocco und ich werden ganz in Ruhe alleine feiern. Aber deinen Eltern zu geben. Meinen Eltern? Ja. Sie wünschen sich so sehr ein Polterabend. Und ich habe einiges wiedergutzumachen. Ja gut, also meine Eltern werden wieder darüber hinwegkommen. Und das mit dem Heiratsantrag war ja nun auch jetzt nicht so eine große Sache. Ich möchte aber, dass alles zwischen uns im Reinen ist, bevor du mit deinem neuen Lebensabschnitt beginnst. Also, ich will auf keinen Fall, dass dieser dämliche Heiratsantrag zwischen uns steht. Und dass das der Schlussakkord von unserer wunderbaren Freundschaft bleibt. Ich verstehe, dass du sauer bist. Aber bitte. Bitte sag ja. Also gut. Also ich werde Rocco zuerst einmal fragen. Und wenn er nichts dagegen hat, dann von mir aus. Super. Na dann. Bis später. Ja. Ach. Ein Gutes hat das Verheiratetsein. Dass man ab da immer sagen kann, da muss ich zuerst mal meinen Mann fragen. So kann einen praktisch niemand mehr in die Bredouille bringen. Nicht einmal David Seidel. Na ja, aber ich dachte, nur wir beide. Ganz ruhig. Ja, stimmt. Zu zweit ist ja auch viel, viel schöner. Aber wo willst du denn hin? Na ja, ich sag es auch. Warte doch mal. Na ja, was willst du denn? Ich? Wieso denn ich? Na ja, Iman, ist David dein bester, na ja, was eigentlich? Ex-Chef und, also ich meine, und jetzt Angestellter. Ja, aber euch verbindet doch ziemlich viel und... Ja, also wir waren, wir sind befreundet und so. Weißt du was? Hm? Wir machen's. Super. Wir machen's gleich. Ja, ja, wir sagen zu, ja? Ja, genau. Weißt du? Erstens, ich mag Feste. Und zweitens glaube ich, dass du's auch magst. Ja, und drittens will ich, dass wir uns einfach vertragen. Aber vor allem mache ich es, weil ich dich liebe. Bist du dir sicher? Ja, hundertprozentig. Okay, dann, dann, dann sag ich mal zu. Also, Rocco und Lisa sagen zu, das sagt man doch so, ne? Ja, aber das werde ich höchstpersönlich machen. Richard, ich hab' bereits ein Konto für dich einrichten können. Sao Paolo International. Mit etwas Geld drauf. Fein. Wie viel? 60.000 Dollar. Sag mal, spinnst du? Und wovon soll ich morgen leben? Richard, ich hab' dir bereits gesagt, ich musste für Kerima strategische Investments tätigen. Ach, Mutter, bitte. Es wirkt obszön, wenn du über Geschäfte redest. Das kann ich momentan nicht ertragen. Besorgt mir das Geld und gut ist. Ja, aber das wird etwas dauern. Och, das macht gar nichts. Ach, das macht nichts. Ich denke, dein Flug geht heute Abend nach Rio. Ja, aber ich hab' ihr vorher noch eine Pflicht zu erfüllen. Eine Pflicht, die mir zum Vergnügen wird. Ja, ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Lisa und ich sagen zu. Wir freuen uns das kleine Fest. Danke. Welches kleine Fest? Bitte. Ich, äh, ich freu' mich auch. Gut. Ah, und, äh, ehe ich jetzt vergesse. Ich hab's ihm Auge. Was meint denn der damit? Dass er Angst hat, ich will den letzten Moment das Ruder umreißen. Aber das muss er gar nicht. Ja, entschuldige bitte, Alter, dann erklär mir mal, warum du diese ganze Party organisierst. Um ein schönes Fest für Lisa zu veranstalten. Also, du hast gar keinen Plan und genau deshalb hast du noch eine Chance. Also, pass mal auf, ich kann dieses Fest doch einfach absagen. Spinnst du? Gut, dann machen wir das. Wir schaffen das. Aber du musst dir auch ein bisschen vertrauen, okay? Hallo Lisa, wo würden Sie den Champagner kaufen? Ach, in Frankreich, da ist es ja eine tolle Idee. Dann machen Sie das mal, wiederhören. Wir hatten hier 30 Meter roten Teppich bestellt. Ja, wo soll denn der hin? Also Lisa, hier läuft ja wirklich was aus dem Ruder. Elga? Ja, Mama, ich wollte, Entschuldige. Du, die Musiker wollen auf einmal ihren eigenen Koch haben. Wir haben wohl bei Ihrem letzten Gig nur Knoblauchsuppe gekriegt und jetzt... Ja, ich weiß doch auch nicht, das... Mama, ich wollte dir auch eigentlich bloß sagen, dass David eine kleine Feier organisiert hat für Rocco und für mich. Und ihr seid natürlich auch eingeladen. Äh, kleine Feier? Ja. Also, dein Herr Seidel, der veranstaltet den Knaller der Saison. Du meinst, das ist alles für uns? Aber es ging doch bloß darum, dass Papa nicht traurig ist, dass er kein Geschirr zu decken kann. Der Papa, ja, der ist mit einem Bautrupp los. Bautrupp, ja. Weißt du, und ich soll hier das Catering koordinieren? Alleine kannst du mir mal sagen, wie ich das schaffen soll? Ich hab keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man da ist. Da ist ja wohl ein bisschen Unterstützung angesagt, oder? Ach, ich kann doch meine Lieblingschefen nicht einfach so halten lassen, ohne sie nochmal richtig zu knudeln. Also, unten bauen wir einen Empfangstregen. Empfangstregen? Keiner der Gäste soll warten. Alle werden sofort begrüßt und hineingebeten. Und hier, ein türkisfarbener Teppich, der die Gäste auf die Dachterrasse leitet. Türkisfarbener Teppich? Und alle Wände werden abgehängt, dahinter Lautsprecher. Lautsprecher, jawohl. Und hier, die Bar. Sieben, nein, acht Meter Dresden. Grundfarben beige, türkis und terracotta. Ach, und ich will kein Kühlelement irgendwo raus schauen. Und hier, bauen wir die Bühne für die Bände. Alles andere wie besprochen. Schirme, Bestuhlung, dieselben Grundfarben. Ach, und ganz wichtig, überall Feldblumen. Herr Seidel, ich freue mich ja für mein Schnattchen. Ja, und dass Sie das alles machen. Aber glauben Sie nicht, über eine Nummer kleiner hätte Sie sich auch gefreut? Das ist für Lisa. Und für Lisa nur das Beste. Ja. Weiter geht's, meine Herren. Außerdem bauen wir eine gemütliche Gülberwitzer Ecke. Mit Bier, Dresen, Würstchen und Kartoffelsalat. Herr Seidel, ich wusste genau, dass Sie wissen, was die Lisa mag. Aber die Rolle des offiziellen Schnattchen-Experten habe immer noch ich, ne? Natürlich. Und so ein bisschen Champos und Kaviar kann doch, Herr Seidel. Ja, klar, das kriegen wir hin. Hauptsache, Sie nehmen das auch richtig ernst hier, Herr Seidel. Ja, sicher. Sehr ernst sogar. Warum? Sie wissen doch, dass... dass sich das Schnattchen ein Dutzend Mal wegen Ihnen die Augen aus dem Kopf geheult hat, oder? Ja, das weiß ich. Und genau deshalb mache ich das hier. Ich will Lisa zeigen, wie viel sie mir bedeutet. Und jetzt sind Sie gerade ganz, ganz ehrlich zu mir und zu sich selbst, ja? Ja. Sehr ehrlich. Und wenn Sie mich genommen hätte, dann... Dann... Aber... Sie hat sich nur mal für Rocco Kowalski entschieden. Und... Ja, ich bin auch froh, dass Schnattchen ihr Glück gefunden hat, ne? Ja, wenn es der Kowalski sein muss, dann muss es ja... der Kowalski sein. Sie wären aber auch ein guter gewesen. Es... Es ist, wie es ist. Ich möchte für Lisa und ihre Eltern das größte Fest des Jahres. Das kriegen wir doch hin, oder? Herr Seidel, das... Das haben Sie jetzt richtig schön gesagt. Wir zeigen dir heute Abend, wie viel sie uns bedeutet. Ja. Das machen wir. Du kommst doch mal her. Ja. Ja. Was, was, Männer? Aber husch die Waldweh. Da hinten hängt der Hammer. Wir wollen nicht übernachten hier. Ach Gott, Papa, bitte. Da werden ja wohl irgendwo Wegweiser rumstehen mit Berlin drauf. Ach Gott, da guck halt im Atlas nach. Dresden wird so die grobe Richtung sein. Ja, ist gut, Papa. Okay, tschüss. Also ich will ja nichts sagen, aber Hannover wäre die bessere grobe Richtung gewesen. Lass es, Frau Plänzke. Mein Vater macht das mit purer Absicht. Der weiß ganz genau, wo es lang geht. Ja, mit Eltern hat man es nicht immer einfach, aber man hat eben nur die einen. Setzen Sie sich doch. Ich hätte mehr Eltern wie Sie gewünscht. Ach, Herr Kowalski. Ich bin sicher, Ihre Eltern sind genauso nett wie Sie. Danke. Gut. Ja, also für die kirchliche Trauung in Göberitz wäre alles geklärt. Ja, prima. Also ich bin mir ganz sicher, das wird sehr, sehr schön in Göberitz. Also glauben Sie, das könnte vielleicht popelig wirken? Warum? Naja, weil den Abend davor, den richtet ja jetzt der Herr Seidel Junior aus. Sehen Sie, dieses ländlich Gediegene ist doch der perfekte Gegensatz zu einer Seidel-Veranstaltung, oder nicht? Ach, ich finde ja, die Lisa, die hätte es nicht besser treffen können. Ich habe ja immer zu ihr gesagt, Lisa, habe ich gesagt, nimm den Rocco, den Herr Kowalski meine ich natürlich, entschuldigen Sie. Also, ich bin Rocco. Und ich? Ich bin die Helga. Ach, komm mal her. Ich freue mich schon darauf, die Spiegelmutter nennen zu dürfen. Ich auch. Sonst doch irgendwann, ähm, nö. Na, gut. Oh, wie schön du geworden bist. Du bist ja lieb. Weißt du, da hockt man im Schwarzwald und kriegt überhaupt nicht mit, was hier in Berlin in der Zwischenzeit so alles passiert. Hannah, die hintere Naht auftrennen und dann einen halben Zentimeter versetzen. Frau Plensky, Sie werden immer schlanker. Das ist die Aufregung. Nach so einem langen Anlauf zum Sprung ins Glück sind Sie immer noch aufgeregt. Wie hübsch. Hannah, wenn du ein Haar deiner selbst in den Schleier anwählst, heiratest du als Nächste. Also erstens bin ich nicht aberglaubig und zweitens will ich überhaupt nicht heiraten. Eins müssen wir noch verraten, Frau Plensky. Warum haben Sie eigentlich so lange damit gewartet, etwas Besseres aus Ihrem Typ zu machen? Ich hab einfach nicht drüber nachgedacht. Sie hat nicht drüber nachgedacht. So einfach ist das. Oh, Lisa, was bin ich froh, dass du dich nicht verändert hast. Agnes, das passt jetzt aber gar nicht. Doch. Du bist einfach meine alte Lisa geblieben, die sich so nach Liebe gesehnt hat, die hoffen konnte, dass sich der Tresen gebogen hat. Sag mal, hattest du nicht einen wichtigen Termin? Gut, ja, natürlich. Danke. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Na, die hast du aber einig. Na, die hast du aber einig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du bist einen weiten, weiten Weg gegangen, kleine Lisa Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein weiter Weg geht jetzt zu Ende, mitten ins Glück Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo. Hallo. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja. Lisa, du bist wunderschön. Danke. Warum hast du nichts gesagt? Hallo. Es sollte eine Überraschung sein. Aber ich hätte dich auch so genommen. Ich auch. Ja. Ich muss schon sagen, also... Jo, da haben sie einiges aufgefahren. Ja, ne? Und wie findest du es? Ja. Ja, ich finde es sehr bemerkenswert. Ja, es ist wirklich wunderschön. Danke. Ich wünsche mir, dass Lisa spürt, wie viel sie uns allen bedeutet. Na ja, dann wäre ja alles gesagt. Oh, ich werde mich da nochmal schnell umziehen gehen. Bis später. Tschüss. Wenn doch passt auf, dass er nichts kaputt geht, sonst mach ich euch Licht ans Rack. Immer eins am anderen. Und Marianne, komm, wir sind mit dem Zeug. Lust. Okay. Vorsichtig. Schön. Tschüss, Bern. Grüß die Lisa. Mach ich. Knoll, das Auto kriegst du morgen zurück. Alles klar. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie schon da sind. Wollen Sie... Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wollen Sie sich hierhin lassen? Ja, gerne. Darf ich Ihnen schon was zu trinken bringen? Hallo, Leute. Ich meine, natürlich, verehrte Gäste. Ich habe heute die Ehre, Ihnen die Pete Cole Big Bang anzahlen zu dürfen. Ja, Applaus für Pete Cole und seine Big Bang. Danke, Leute. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen an diesem schönen Tag. Hallo. Das ist mein Vater, Rocco. Hallo. Well, the south side of Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy Moore. Hallo. Hallo. Das ist mein Allo, der Herr. Oh, ich weiß noch nicht. Hä? Was? Ähm, äh, Marina. Jürgen. Oh, ich will nicht. Aber, äh, Jürgen ist so der Platzhalter, ne? Ich meine, ach wie lala, weil der ist nämlich am Ende eine Alice Algebra oder so. Algebra? Ja. Alles klar. Ja, wir gehen dann auch noch mal weiter. Ja, wie spät? Jürgen. Now Leroy, he a gambler and he likes his fancy clothes. He likes to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom colonel. He got an Elverado too. He got a 32 gun in his pocketbook. He got a razor in his shoe. Anders. Anders als wenn wir alles müssen. Langsamer. Leroy Brown. 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 Blattchen, war's das endlich? Kapelle, tusch! Lisa, ich möchte dir alles gut, der Weg! Herr Weidel! Herr Weidel, Hut ab! Das ist eine richtig scharfe Mucke hier heute Abend. Da fliegt eine Tanzbein von jetzt alleine, wa? Na, Prost! Sagen Sie mal, sollte der Vater, der braucht nicht eine kleine Ehrenrunde mit der Tochter drehen am Vorabend der Hochzeit? Das stimmt. Herr Weidel, das stimmt. Jetzt muss ich es sagen. Aber das geht nur, wenn die da Lisa Lieblingslied spielen können. Meinen Sie, die haben den Druck? Ganz bestimmt. Pete Cole weiß was vor dem Litsch. Was ist denn Lisas Lieblingslied? Ich musste dich ja früher jeden Abend bis zum Einschlafen vorsehen. Das stimmt. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Liebe Gäste, wenn ich kurz unterbrechen darf. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und so viel Spaß habt. Dieses Fest ist mein persönliches Geschenk an Lisa. Stattchen, komm mal her. Lisa, ich habe mich in den letzten Monaten einige Male wie, also eigentlich verdammt oft wie ein Vollidiot benommen. Also bitte, sei mir nicht mehr böse. Ja und als kleine Wiedergutmachung, also um dir zu zeigen, wie, was du für mich, um dir zu zeigen, wie unglaublich viel du mir bedeutest, singe ich dir ein kleines Lied. Ich hoffe, es gefällt dir. Ach und für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin kein Sänger und das hier ist wirklich mein Debüt. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick, manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh'n und manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müde und dann suche ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben du hundere Jahre überstehen. Und siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der Herr der Schein. Aber einmal auch der Herr der Schein. In der Nacht vor der Hochzeit gehört der Bräutigam allen Frauen. Dieser kann sie ab jetzt ja immer haben und deshalb entführen wir jetzt den Bräutigam. Freut euch nur, ihr Seidels, Plenskis und Kowalskis. Lacht, singt und tanzt. Dies hier wird euer letztes Fest sein. Denn euer Tänzer ist der Tod. Ja? Ganz schön, der Trubi war's. Ja, aber hier ist so schön, so schön ruhig. Ich merke die Wodka schon ganz schön. Schau mal, was man von hier aus alles sehen kann. Der Dom, Teukhaus, der Fernsehturm. Ja, es ist wirklich alles wunderwunderschön, aber das kenne ich auch alles schon, weil ich komme aus Böberitz und Böberitz ist gleich bei Berlin. Vielen Dank, dass du, dass du für... Danke. Ich fand das total, ähm, also, lieb von dir, dass du, dass du den Song für mich gesungen hast. Den mochte ich als Kind schon total gerne. Über sieben Brücken musst du gehen. Über sieben Brückenstiche, über Stimmen. Muss ich wohl geahnt haben. Ja. Danke für die Party. Danke schön. Doch, genau dafür. Es ist wirklich wunderwunderschön. Und Lisa Plenz gesagt Dankeschön. Danke. Worauf stoßen wir an? Dass wir jetzt so gut befreundet sind. Auf unsere ganz besondere Freundschaft. Ganz dicke Freunde. Okay, auf unsere dicke Freundschaft. Ganz, ganz dicke Freundschaft. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Und das ist die Liebe. Ja, unbedingt. So, sag mal, wobei es geht. Bist du dir da ganz sicher mit der Plenzke, weil ich wäre auch noch, nur was zu haben? Ja. So, kleine Info. Eine Dame? Ja, bin ich. Ich muss mal kurz nach ihr schauen. Nee, 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 nee. Und heute Abend wird die Braut entgürt. Und es geht wirklich. Die Plansche hat einiges nach. So, die Chance. Ist ja auch gerade so gemütlich. Auch wenn ich werde da Sehnsucht hat, dann muss man da Verständnis haben. Genau. Jetzt wird geküsst. Ja, aber ihr duzt mich schon den ganzen Abend. Ja, egal. Jetzt wird geküsst. Ja, ausziehen, ausziehen. Hälter. So ist jetzt hier. Kim, musst du gehen? Vielleicht soll ich nicht so viel trinken und so viel singen, meine ich. Weißt du noch damals? Unser Reitausflug zum alten Baumhaus? Das war schon. Ja, natürlich erinnere ich mich dran. Klar, das war schubsi-wups. Da hast du ein Herz mit Mayela und David in den Baum geritzt. Da warst du zwölf. Und daraus ist auch nichts geworden. Ja, daraus ist auch nichts geworden. Ja. 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 Dicke Freunde dürfen sich doch zu besonderen Anlässen auch mal in den Abend bringen, oder? Ja, aber das ist erlaubt. Dürfen nicht dicke Freunde auch mal einen kleinen Kuss geben? Ja, das ist erlaubt. Ganz dicke Freunde dürfen sich auch richtig küssen. Ich bin die Agnes. Agnes, auf den Mund. Auf den Mund, Frau Boris. Darf ich jetzt alle durch? Ja, alle durch. Ja, alle durch. Gut jetzt. Nee, nee. Dann noch mal. Ja. Hey, du bist zu langweil. Du bist zu langweil. Du bist zu langweil. Los, küss mich, Inge. Oh nein. Große Sieg. Da hinten irgendwo. mit dem Mund ... Ja, das ist. Wir sind aber wieder hinzusammen. Ja, total. Er ist im Moment auch in der Kopf. Nein, mir ist es. Lass uns durchbrennen. Ja, durchbrennen. Wir segnen Handwort davon auf meinem Boot. Ja, davon. Und auch Tahiti. Wir stechen morgen bei Tages am Brücheln See. Es ist alles bereit. Nichts und niemand kann uns aufhalten. Niemand kann uns aufhalten. Ich denke, Rima, kein Job, kein Richard, kein Rokko. Rokko? Rokko, was mache ich hier? Oh Gott, was tue ich hier? Stopp. Was? Oh Gott, oh Gott. Wie konnte ich mich so vergessen? Ich heirate morgen. Und zwar Rokko. Was machst du hier? Aber du hast doch angefangen. Okay, vielleicht habe ich gerade angefangen. Aber wenn ich dich küsse, dann merke ich nicht, dass du mich küssen darfst. Ich heirate morgen zu Rokko. Risa, hör zu. Nein, das war alles geplant. Natürlich, das Hochzeitsgeschenk, ein Polterabend. Du wolltest mich abfüllen. Du weißt ganz genau, dass ich kein Alkohol vertrage. Du bist so ein Schub. Du bist so ein Schub, Digga, Schub bist du. Risa, bitte. Ich will dich. Ich will dich jetzt. Ich will dich jede Sekunde, jeden Tag, jede Stunde. Und ich möchte dich heiraten. Du willst mich heiraten? Ja, klar. Und dann überlegst du es dir wieder anders. Nein, David, du kannst gar nicht leben. Und wenn, dann kannst du nur dich lieben. Das ist kein Spiel. Das ist kein verdammtes Spiel hier. Du musst es endlich akzeptieren, dass ich Rokko heirate. Lass mich bitte, du bist so ein Schlechter verlieren. Du kannst einfach nicht verlieren. David, dein Licht will ich nie, nie wieder sehen. Nie wieder. Aber Lisa, ich liebe dich doch. Nimm endlich die Finger von meiner Frau, du Kröte. 49,9 Prozent hatten wir. Und dann fehlte diese eine Aktion. Wo haben wir sie im Schrank gehabt? Ja, aber ohne mich hätte das nicht geklärt. Entschuldigung. Hey, 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 was ist denn? Was ist los? Ich habe nicht meine Flavie. Das ist so schön. Lieselotte, jetzt beruhig dich erst mal. Was ist passiert? Ja, also, die haben sich... Ich meine, wir haben sich... Ich verstehe kein Wort. Jetzt mal langsam. Es ist alles okay, Jürgen. Sie ist nur ein bisschen beschwitzt. Ja, ich bin nur ein bisschen beschwitzt. Soll ich dich nach Hause bringen? Ja, das wäre sehr liebend, danke. Hier, vergiss deinen Kulturbeutel nicht. So, ne? So, ne? Wut dich aus, so sehr. Morgen ist dein großer Tag. Ich bin jetzt bei. Tschüss. Das ist Bläerlammfieber. So. Ihre Bestellung. Das Rundum-Sorglos-Paket. Eine Wumme und eine Kiste-Wumme. Wirklich sehr komisch. Geben Sie her. Ah, noch kurz zu dem Zünder. Roter Draht in Gelb, blauer Draht in Grün und dann noch die Zeit einstellen. Zum Beispiel zehn Sekunden? Ja. Schön. Irgendwie stellt man das Ganze nun ab. Shit, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Haben Sie nicht mehr eine Tasse im Schrank? Stellen Sie das ab, so. Kleiner Joke. Einfach irgendein Rad rausziehen. Geben Sie her. Witzbold. Aaron, Vorsicht mit dem Sprengstoff. Sag Sie mal, geht's vielleicht noch ein bisschen lauter. Er reicht aus, um den Merliner Dom in die Luft zu jagen. Wie geht's, Hans? Wodka. Doppelt. Kommt sofort. Noch einen. Alles in Ordnung? Ich hab's vermasselt. Lisa. Lisa. Ich bin ein Schuft. Hat sie gesagt. Ein schuftiger Schuft. Und dass sie mich nie mehr wiedersehen will. Ach, David. Ich hab's doch nur ehrlich gemeint. Ich hab ihr gesagt, dass ich ohne sie nicht mehr leben kann. Aber sie meint, es ist für mich nur ein Spiel. Alles sei geplant. Weil ich nicht verlieren kann. Ah, alter Stratege. Plan soll erfüllt. War ja auch ein geiler Plan mit dieser Nummer. Über sieben Brücken musst du gehen. Fand ich gut. Fand ich gut. Spinnst du? Ja. Ja. Alles erfüllt. Alles ausgesprochen. Alles geklärt. Alles fertig. Fix und fertig. Aus und vorbar. Wer mich immer sucht, viel Glück. Bin wahrscheinlich verschollen. Über ein Muder-Dreieck. Hat das vermasselt? Alles okay bei dir? Das tut mir so wahnsinnig leid, Rocco. Das macht doch nix. Das ist doch nicht deine Schuld. Und ich bin mir sicher, dass David kapiert hat, dass er zu weit gegangen ist. Ja. Ja. Ganz sicher. Er weiß jetzt ein für alle Mal, dass wir beide zusammen gehören. Lisa und Rocco. Für immer. Ja, das weiß er jetzt. Ja, das weiß er jetzt. Hey. Wir lassen uns durch ihn den Tag morgen nicht verderben. Nein. Das ist unser Tag. Ja. Und weißt du was? Du gehst jetzt schlafen. Ich geh jetzt nach Hause. Morgen wird der schönste Tag in unserem Leben. Ja, das wird er. Bis morgen. Bis morgen. Lisa Plenske, du bist doch eine dumme Kuh. Du hast den besten Mann an deiner Seite, wo gibt's. Und was machst du? Du knutschst mit David. Ich bin der größte Seidel. Er ist jahrelang weit und breit, kein Mann in Sicht. Und kurz vor der Hochzeit gleich zwei. Ist es die Aufregung vor der Hochzeit? Ja. Das ist es. David hat schamlos ausgenutzt, dass ich etwas durcheinander bin. Aber morgen sieht alles ganz anders aus. Ja. Alles wird gut. Morgen wird alles gut. Ja. Ja. You're every step I've made And I, I want to share all my love with you No one else will do And your eyes, your eyes, your eyes They tell me how much you care Cause no one can't deny This love I have is mine And I'll give it all to you My love, my love, my endless love My love, my endless love My love, my endless love Guten Abend, Herr Pastor Gott zum Gruße, meine lieben Kinder Rudi, ich glaube, Pastor Schlesselmann hat mal wieder gepichelt Ja Du kannst dich doch jetzt nicht einfach so auf und davon machen Wieso nicht? Nein, los und davon Na, meine Augen lassen Sie sehen Klar, und bei jeder Boje bis Amor denkst du Ist sie das? Kommt sie mir da entgegengeschwommen? Nein, dieser ist Geschichte Ein Mann muss wissen, wann er verloren hat Und ich hab verloren Ein Mann muss wissen, wann er verloren hat So ein Schwachsinn Bin ich froh, dass ich kein Mann bin Und so ein Quark von mir geben muss Was hast du denn vorzuschlagen? Soll ich sie entführen? Sie hat den Massbind mit ihr davonsegeln So nach dem Motto irgendwo zwischen Blankeneser und Tuvalu So wird sie mir schon verzeihen Sie hat sich für Rocco entschieden Ich bin raus Selbst wenn sie sich für Rocco entschieden hat Kannst du auch nicht einfach verschwinden So In einer halben Stunde stehe ich hin, sie Geh noch mal hin zu ihr Tu's für mich Nein, ja, nein Was soll das? Man darf niemals auseinander gehen, ohne sich zu verabschieden Und guten Das geht einfach nicht Du liebst Lisa doch Ich bin raus, ich bin froh Dann bin ich raus, vielleicht will ich nicht Ich bin froh, dass wir nicht Ich bin froh Ich bin froh Ich bin froh Ich bin froh Du liebst Papa, jetzt hör doch mal auf. Ich muss gleich los. Wie schon? Ja, weißt du, wie lange es dauert, so ein Kleid anzuziehen? Dann sehen wir uns gar nicht mehr vorher, Schnattchen, gar nicht vorher. Doch, wir sehen uns, ach, wir sehen uns vor der Kirche. Schnattchen! Komm mal her, mein kleines, mein großes, Schnattchen, jetzt heiratest du aber endlich. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, Schnattchen. Danke, Papa. Was ich auch immer gesagt habe, über den und über den. Du machst das Gold richtig, tu einfach, was dein Herz dir sagt. Und wenn du jetzt den Kowalski heiraten magst, dann hast du auch meinen Segen dafür. Mach einfach, was dein Herz dir sagt. Das mache ich. Ich habe dich lieb, Papa. Na, ich, ja. Ja, dich natürlich. So, ich gehe jetzt mal. Ja, Schnattchen, geh mal jetzt. Ja. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Bernd? Ja? Ist die schon weg? Ja, die ist weg. Die ist auf. Auf und davon. Schnattchen. Jetzt, jetzt hilf mir doch mal in die Krawatte, Helga. Ja. Guck mal her. Ich, ich, ich kann es nicht. Nein, Mama. Ja, Mama. Beeilt euch, fahrt schneller und macht keine Pinkelpausen mehr. Okay, tschüss. Gott, meine Eltern, wenn die allem aus ihrem winzigen Kaff rauskommen. Ja, ja, ich, ich kenne das. Du, lass mich das machen. Komm her. Ja, da wird Lisa aber Augen machen, du. Mann, Mann, Mann. Ja, jeder Zoll ein Mister. Gut, dann müssen wir jetzt los. Nee, du, lass uns doch noch ein bisschen warten, ja? Ich bin, ich bin noch total nervös. Aber gestern Abend gut nach Hause gekommen, oder? Ja. Ja, ja. Und mit Lisa ist auch alles in Ordnung? Ja. Ja, schön, schön, sehr schön. Du, Rocco, hör mal. Ich glaube, wegen David, da brauchst du dir nicht wirklich so einen Kopf zu machen. Naja, weißt du, du musst nur akzeptieren, dass er in Lisas Herzen immer, immer einen kleinen Platz behalten wird. Du, das ist wie mit Autos. Auch als Zweitbesitzer kann man richtig Spaß haben. Oder so. Ich fahr dann mal den Wagen vor. Den fahr ich selber. Jürgen, komm. Zeit fliegt und fliegt. Aber wartet auch nicht auf die Schönsten der Bräute. Anziehen. Ja, ich geh dann schon mal das passende Styling machen. Äh, ich komm her. Fein, weil wenn Lisa es nicht schafft, dann ist wenigstens eine von euch beiden angezogen. Hallo. Mariella. Hallo. Na, bleibt es klar. Hast du das aus Boston mitgebracht? Ja, schön, dass es dir gefällt. Und, kommt der gut voran? Oh, ich hab bestimmt noch irgendwo eine Flasche Champagner. Wir müssen uns Mut antränken. Anna, hol bitte Gläser. Soll ich dir beim Anziehen helfen? Ja, das wär lieb. Wie schön du bist. Danke. Something old, something new, something borrowed, something blue. Und, hast du alles zusammen? Das Kleid ist neu. Was altes hab ich von meiner Mama. Von Yvonne hab ich einen blauen String. Und das Armband borg ich dir. Ja, danke. Das ist wunderschön. Wunderschön. Bist du David noch böse wegen gestern? Wir haben uns unmöglich belohnen. Ja. Und warum? Weil er nicht verlieren kann. David liebt dich. Und ich hab ihn doch auch... Mordi, ihr Plaudertaschen. Mariela, hilf Lisa. Anna, die Gläser. Lisa, jetzt wird's wirklich ernst. Ja. Ja. Verräter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sieht sehr gut aus, ein Cutaway. Also, wenn Sie so einen Mann gesehen haben sollten, sagen Sie mir sofort Bescheid, ja? Ihr Lebensgefährte? Nein, dieser Posten ist noch zu haben. Interesse? Ja. Hallo? Nein, Mama. Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Magdeburg zu weit weg ist, dass ihr noch glücklich kommt. Nein. Die Hochzeit beginnt jetzt. Nein, wir warten nicht auf euch. Nein. Nein, wir warten nicht auf euch. 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 Jetzt müsste sie aber langsam mal kommen, oder? Vielleicht hat sie ja kalte Füße bekommen. Sehr witzig. Vorhin war sie ziemlich nervös. Es ist ja auch bloß ihre Hochzeit. Sie wäre nicht die erste Braut, die sich in letzter Minute vertönisiert. Glaubst du wirklich, Lisa könnte sowas tun? Ha, ich hab's ja gewusst. Dann kommt sie ja. Mensch, das wird ja echt noch die Hochzeit des Jahres. Ha, Mädels? In dieser winzigen Kirche? Wir werden aber opulenter heiraten. Wie weit sind wir noch lang, nicht, mein Lieber? Wieso denn nicht? Hopp, reina, keine wilden Fragen stellen. Na, jetzt wird ja nur noch die Braut. Sie sind doch der Bräutigam. Ja, ich glaub schon. Ja, Sie müssen in der Kirche warten. Ich muss die Braut aber noch was fragen. Hat denn das nicht Zeit bis später? Nein, tut mir leid, ich glaube nicht. Rokko Walzki, was machst du denn hier? Ja, ich muss was mit Lisa besprechen. Jetzt doch nicht. Du kannst doch die Braut nicht sehen. Ja, aber es ist, es ist furchtbar wichtig. Mensch, Junge, Augen zu. Schnattchen, da steht dein polnischer Bräutigam und will was von dir. Aber ich hab dir schon mal gesagt, Rokko ist kein Pole. Der darf mich doch so gar nicht sehen. Augen zu. Lisa, wenn wir jetzt beide vorm Altar gleich stehen und du Ja sagst. Ja? Dann muss das auch Ja bedeuten. Ja, was meinst du denn? Gott, ich weiß, dass David dir viel bedeutet. Aber wenn du gleich Ja zu mir sagst, dann musst du das wirklich meinen. Ja, natürlich meine ich das dann auch so. Ich meine, sonst wäre ich doch nicht, sonst wäre ich doch überhaupt nicht hier. Augen zu. Ich würde dich am liebsten nie wieder loslassen. Musst du aber, Herr Kowalski, weil sonst kann ich nicht Frau Kowalski werden, weil es geht nur in der Kirche. Ja, ich bin weg. Ich bin weg. Was hat der denn jetzt? Papa, ich glaube, er hat einfach nur Angst, mich zu verlieren. Das ist schön. Die Angst, die soll er haben sein Leben lang. Denn wer mein Schnattchen kriegt, der soll wissen, er kriegt die schönste Frau der ganzen Welt. Na, Papa. Ich glaube, es ist auch langsam Zeit, dass du dein Schnattchen mal loslässt. Ja, Schnattchen. Komm raus, er ist weg. Ja. 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 Wie geht's doch nicht? Ja. 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 Amen. Amen. You are so beautiful To me Can't you see You're everything I hope for Everything I need You are so beautiful To see you You are so beautiful We have found ourselves here In the beautiful St. Georgs church To Goeberitz To meet the meeting From Robert Konrad Kowalski And Elizabeth Maria Plenske To celebrate God's eyes Und so spricht der Herr So sind sie nun nicht mehr zwei Sondern ein Fleisch Und was der Herr zusammengefügt Das soll der Mensch nicht entscheiden Schatz Nun bleiben uns Glaube, Hoffnung, Liebe Diese drei Die Liebe ist aber die größte unter ihnen Gott vertraut euch einander an Er will eure Ehe schützen und segnen Und so frage ich euch vor Gott und dieser Gemeinde Ach sieh mal deine Ahnung In idyllischer Umgebung treffen sich die beiden ungleichen Brüder Um endlich Frieden zu schließen Wie rührend Hast du was raus? Du bist ziemlich spät dran, mein Lieber Da drin heiratet doch grad die Vogelscheuche Den dummen August Das willst du doch sicher nicht verpassen Was hast du vor? Hochzeit feiern Bluthochzeit Robert Konrad Kowalski Willst du die hier anwesende Elisabeth Maria Plenske Als deine Ehefrau lieben und ehren Und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen In guten und in schlechten Tagen Bis dass der Tod euch scheide So antworte Ja, ich will Ja, ich will Was machst du hier? Na, was meinst du denn was das ist, hm? Jetzt wird abgerechnet, mein Lieber Rums und aus die Maus Du bist wahnsinnig Ihr hattet wohl gedacht, ihr kommt ungestraft davon, was? Ihr hattet gedacht, der Richard, der vermodert da in seinem Loch Falsch gedacht Am schönsten war es immer im Gefängnis, wenn ich mir ausgemalt habe, wie ich es euch heimzahle, was ihr mir angetan habt Einmal habe ich sogar vor Wut im Fitnessraum vom Trockenrudergerät beide Schwängel abgerissen Ab dahin hatten alle Angst vor mir Zurecht Du hast dir alles selbst zuzuschreiben Was haben wir dir angetan? Ihr habt mir Kerima genommen Meine Freiheit Meine Würde Aber weißt du, was das Schönste ist, mein lieber David? Die Stunde der Rache ist nun da Jetzt werde ich die ganze widerliche Mischproke in die Luft jagen Da drin heiratet die Frau, die ich liebe Da drin ist alles, was mein Leben ausmacht, das wirst du nicht verstehen Und ab Willst du, Elisabeth Maria Plenske, den ihr anwesenden Robert Konrad Kowalski zum Mann nehmen Ihn Ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen In guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheide, so antworte, ja, ich will Bis der Tod euch scheidet? Mach ich wirklich das Richtige? Lass uns durchsprechen David liebt dich Tu einfach, was dein Herz dir sagt Aber Elisabeth Ich liebe dich doch Jetzt geh mir aus dem Weg, du Fruchtzwerg Dank dieses kleinen Auslösers wird in 30 Sekunden endlich alles vorbei sein Hör mal meine Leid Lisa So antworte Ja, ich will Ich will dich jede Sekunde, jeden Tag, jede Stunde Ich möchte dich hören Komm her Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin So antworte Ja, ich bin David Du hast du hier Wissen Baby Du hast du dich David! David! David, nein! Hey! Hallo. Ich bin ein Strafschuss. Ja. Ich bin kein Schuftiger Schuft. Das bist du nicht. Ich habe alles so gemeint, wie ich das gesagt habe gestern. Ich weiß. Ich bin kein Schuftiger. Ich bin kein Sch Roberta. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Besser jetzt als später. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Danke. 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 Bo틴 haben uns vården! Vielen Dank.